Okay, ähm, jetzt kommt Match Nummer 6, so weit lief's, so gut. Heute probier ich mal ein bisschen mehr Kämpfe auf einmal zu zeigen. Ah, wie auf Stichwort Grandmaster Bushido Bushido. Okay, warte deine Stats. Part I'd Sleep, Hängen, Fuhne, oh, egal. Auf geht's. Oh, unser Gegner steigt auf mit einem Sieg. Oh, ha, ha, ha. Ja, die meisten werden's vielleicht schon gemerkt haben, aber bei mir ist gerade keine große Variation. Das liegt daran, weil ich jetzt nichts ausprobieren möchte. Ich möchte so viel wie möglich gewinnen. Darum werde ich mich auf die Teams verlassen, von denen ich weiß, dass ich keine Scheiße mit ihnen baue. Für dich, komm, für dich. Komm, noch mehr Geschenke. Ganz viele Geschenke für meinen neuen Freund. Nein. Alter, das war knapp, das war knapp, das war viel zu knapp. Ja, mach. Ja, Mann. Jawohl, jawohl. Jawohl, jawohl. Ooh, jawohl. Schönes Geld. Ooh, level up. So, jetzt der nächste Kampf. Hm, Sasuke, Madara. Eins von beiden, komm. Oh nein! Scheiße, ich hab grad auf die Verbindung geguckt. Oh Gott. Oh Gott, lass mich dieses Spiel bitte schnell zu Ende bringen. Nein! Ich hab gesuppt! Was? Ich hab gesuppt! Alter, laggy bullshit. Just fuck you. Alter. Ja, ja, Alter. Musch immer drei Sekunden vorausdenken, weil's so lang braucht. Alter, was soll der Scheiß? Alter, hundert. Na gut, ist nicht... Nicht viel, was man verliert. Minato Kakashi Shisui. Okay, auf geht's. Okay. Oh, ein sehr schnellen Charakter. Kakashi. Oh, ich hab's nicht mehr. Jawoll. Keine Zeit lassen, sich zu erholen. Jawoll! Oh, schau dich mein Leben an. Oh. Oh. Na so, geht doch. Oh, danke für dein Geld. Ich schwöre, bei mir ist es besser aufgehoben. Oh, level up. So, diesmal jetzt aber. Fuck you, Bastard. Revenge mit guter Verbindung. Hm, wieder das gleiche Team. Ich sag's doch. Ich sag's doch, der hat keine Chance gegen uns, wenn er nicht die ganze Zeit diese Lags hat. Oh, hier ist es. Oh, T766. Oh. 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 Oh, Ragequit. Wo ist Ragequit? Ragequit! Nein, ich wollte eigentlich den Ultimativen machen, aber... Alter, was ist das für ein Geräusch, was dann so da die ganze Zeit immer? Das war's. Oh, der gibt aber weniger. Okay, nächster Kampf. Ich glaube Nummer 5 heute war das. Naruto Kakashi. Okay, Kakashi Awakening. Und das war's. 10. Was für eine Zeitverschwendung. Okay, nächster Kampf gegen... Oh Gott, der hat auch kein einziges Online-Spiel gemacht. Oh, ich fühle mich eigentlich ein bisschen schlecht. Egal, er ist ranket und er wildet. Okay, das Team habe ich jetzt nicht erwartet. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Es war so schnell... Da geht es dann. Da geht's! Es ist hier! Das ist jetzt. Das ist jetzt. Das ist jetzt. es wird langweilig. Bye, bye. Was für ein leckiges Shit. Ja, Leute, wenn ihr nicht so gut seid, weil ihr halt noch nicht so oft gespielt habt, hat jeder Verständnis für. Aber, dann spielt kein Ranked. 10. Schon wieder 10. Okay. So, Kampf Nummer 7, Revanche gegen Sparta. Kleiner Router. Kleines Team Kakashi. Okay. Alter, ich bin drüber gesprungen. Was soll der Scheiß? Fech gehabt. Und das war's. Schon viel besser als dein erster Kampf, Sparta. Das muss man dir lassen. Ah, endlich wieder schöne Zahlen. Weg mit dem 10er Scheiß. Okay, Kampfnummer. Wie viel sind wir jetzt? Ich glaube, 8. Naoto, Kurama, Shisui. Okay. Oh nein, Drive-Type. Drive-Type Ushia. Fuck. 199- Ich bin drüber. Oh nein. Ja bei! Okay, nächster Kampf gegen Hardy Hardware. Hab ich schon mal gegen den gekämpft? Das kommt mir grad ein bisschen... ...déjà-vu mäßig vor. Konan... Uuuuh, ich steige auch mit einem Sieg! Sorry, Konan, ich kann mich leider nicht zurückhalten. Warum verschwendest du deinen Support immer gleich? Warum verschwendest du deinen Support immer gleich? Und das war's. Rest in Peace! Naja, wenigstens hast du mir gut Geld gegeben. Ich danke dir dafür. Uuuuh, ja stimmt, ganz vergessen, level up! So. Ähm, das war's dann erstmal. Das waren jetzt 10 Kämpfe. Waren es 10? Ich glaube, ja. Gefühlt auf jeden Fall. Ähm, wäre es gut, wenn ihr in die Kommentare schreiben würdet, ob das jetzt so besser ist, immer nur kleine Ausschnitte vom Kampf zu zeigen oder lieber, so wie im vorherigen Video, immer den kompletten Kampf. Das dauert halt länger und ist vielleicht nicht immer so spannend, aber... da lernt man vielleicht mehr, wenn man viel mehr sieht. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ähm... Gut. Wäre schön, wie ihr das schreibt. Ja, gibt's mehr zu sagen? Eigentlich nicht. Auf jeden Fall, wir sehen uns. Bis dahin, viel Spaß und... Ja, ciao, ciao! Ja, 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 ciao!